willkommen meine lieben zuschauer oder so zu einem kleinen neuen projekt was ich mal testen will so random play mäßig und zwar der kult klassiker theme hospital oh yeah und zwar gibt es da eine schöne wo ich wie soll ich es beschreiben also haben sich ein paar leute zusammengesetzt und haben das ein bisschen verbessert weil es ja schon recht alt ist ja 95 also zumindest musste wurde ist für den windows 95 entwickelt und genau ich werde jetzt einfach so machen ich habe schon gespielt ich lade jetzt einfach das spiel wo ich bin und weiß über der random play wie nur ein ein bisschen aufnehmen und nebenbei quatschen und jetzt mache ich mal kurz meinen äh 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 ich mache es ohne ist vielleicht besser und geben einfach mal mein level rein oh mein god ja leider habe ich es auf englisch ist jetzt nicht so das drama finde ich da war exaustet sieben und vier und siebzig prozent versuch mal doch zu heilen oh mein god das sind viel zu viele töne überfloss bau ah 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 was ist hier los ja ähm ja bitte heilen äh nach draußen ist auf jeden Fall recht schön gemacht hier kann man auch ein bisschen schneller machen oder man kann es in slow motion machen oder in pause aber es ist wieder alle still hallo so das muss mal mit mit der vier laufen so wie man sehen kann also man kann auch ranzoomen ist auch recht nett gemacht da ist man gerade wie der doktor arbeiten tut und dann kommen die leute da rein und dann setzen sie sich da auf den stuhl den man nicht sieht hallo wir haben einen vip wo ist er denn vip ah da ist er geht er schon wieder ähm achten wir hinten rein oder hey what was tut er i don't get it famsi club oah 1306 dollar haben wir bekommen für sowas da fehlt ein chirurg chirurg anus was bist du doch surgeon oh das war gerade mein links hübs consult mhm oh hier wir haben wieder ein paar dinge die wir eine müssen 82 prozent awesome ähm den schicken wir nach hause weil keine ahnung was er hat serious radiation den tun wir in das research ding jetzt können wir uns mal angucken das ist ganz lustig miup weg ist er haha awesome ah ich bräuchte vielleicht noch eine krankeschwester achso ne der wieder rein oder ja sergents wo sind die sergents wo bist du oh hier hat es gesturmen oh my gosh ich glaube ich brauche noch einen doktor nein nur meinen aber ich glaube ich bin seitdem ich meine die 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 nein die sterben alle das ist jetzt übrigens der wir sieben die sie sich wundern oder wahrscheinlich auch nicht hey bei dem spiel haben wir nicht keine frage in meinen brüchern awesome das ist doch eine ich hole einfach mal eine neue bitteschön in ward 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 ähm slacktong ja den wissen wir immer wieder der muss einfach nur an diese bei wie war das mit keinem frameabrecher wow wirklich bipp 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 ach fuck jetzt hab ich ich hab's verpasst kommt rein in den dinge ach hier ist ein nötfall ähm sweaty palms ja ich würde gerne wissen wie man das macht ah hier kann man sogar oh das ist ja lol so sind ja so es geht aha man findet immer wieder neue Sachen was ist hier los der ist aber noch am ordentlich researchen und oh da kommen sie oh das sind viel zu viele schaff ich doch bestimmt niemals ach pfu na mal gucken oh wie sie alle in ihren betten schlafen sehr süß ach du scheiße das ist groß mhm da hinten könnte noch eine hin und da unten in die ecke oh hi achso jetzt ist schon das ja rum okay aha hier sind wir erster 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 letzter aber sonst überall erster das ist doch gut minus 90 60 geld 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 und repetition hey would you like to say my petition 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 äh was wollte ich radio das also heizungen kommen was habe ich gesagt in die ecke hier äh äh uncool ach das passt nicht ach shoot machen wir einfach da hin hi und äh hier hin und äh wohin in die mitte müsste irgendwie mal eine in die mitte müsste irgendwie mal eine mal hier eine hin sieht zwar toll scheiße aus aber whatever was ist mit dir? du bist invisible ja was ist mit den ach hier ist der letzte oh wir haben es geschafft zum vorherigen anspringen prager kontARA kont auch halt die fresse ich habe es doch alle ja 5500 und 5000 ist doch voll warm kann man denn noch mehr geld dafür ausgeben so eine scheiße, ich habe zwar genug geld aber ach hm geht nach hause Ich hab irgendwas Neues bekommen hier. Gerade gegraben. X-Ray hab ich schon X-Ray? X-Ray hab ich, oder? Ach, ich hab keinen X-Ray. Ach, pfuh, dann muss ich den... Was? Die konnte... WTF? Das hab ich ja noch nie gesehen. So, einen neuen Flügel gekauft. Ach, da geht's ja noch weiter. Ah, okay. So, erstmal X-Ray. X-Ray ist recht groß. Hi da. Krieg viel zu oft das Zeug in den Raum rein, weil ich irgendwie immer was falsch mach mit dem Anordnen. Da zum Beispiel wieder. WTF? Das mach ich denn immer falsch? Erst dass sie hinsetzen? Hä? Warum will ich denn da das nicht? Ohhhh. So, das da hin und dort. Das passt doch davon hin. Was willst du denn von mir? Ach. Dieser X-Ray-Raum ist der einzige, der mir wirklich mal Sorgen macht. Der andere kommt mir super klar. So. Irgendwie... Fangen die Lügen einfach an. Eigentlich ist das... Ja, was sie hier sagen, ist immer die richtige Größe. Oh, es gibt doch nicht. Hallo. Da guckst, passt du da super hin. Ich trage schon auf das Segment. Ehhhhhh. Dann ist es halt so. .... ... Alter, ich hab gelesen zu 바로 nichts. Ne, damals will ich noch ein paar Sachen haben. X-Ray, gut. Und sofort gehts los. jetzt können wir überall stühle hin ach ups so und jetzt hier was ist das die contamination gar nichts wirklich what the fuck das muss auch noch rein ok dann muss das hier hinten geben das muss irgendwie hier sein oh hi ok äh lol Toll! Ähm... Können wir nicht durcheinander quatschen, das wäre sehr toll! Oh! Pfff! Ja, hier... So, noch ein paar Daifern... Oh, und dann kann ich da jetzt wieder wieder hin? Kannst du irgendwo hier hin? Das ist super! So, hi, hi! Hier läuft alles gut! Hier auch! LOL! Dass es hier trotzdem mit den Frames immer Probleme gibt! Ähm, hab ich alles, hab ich alles, hab ich alles! Hab ich hier alles wirklich! Ich könnte eigentlich hier noch ein paar General... Dinge hinmachen! Just because I can! Dr. Required in GP's Office! Stimmt, werden die uns noch hier überrennen! Wie ich das Spiel kenne! Blub! So, machen wir nochmal eine Pharmacy! Schwester, bitte in die Allgemeinmedizin! Ne, das ist mein Doktor! Dr. Required in GP's Office! So, machen wir jetzt hier... Ganz... Ganz viele Dinge! Ein paar Radiators! Und nur... So, hier das hin... Hier hin... Doktor! Attend in Psychiatrie, please! So... Damit Ihnen bloß nicht kalt wird! Arme, arme Menschen! Unexpected swelling... Ähm... You have to write... Unexpected swelling... Staff Lanzement! Incoming patients with unexpected swelling! Der muss einfach da rein! Das weiß ich doch! Hä, what? Nurse required in mood! Oh, das ist hier mit dem Haar... Zeugs! Aha! Aber wie ist es denn? Ne, das mit den Haaren habe ich noch nicht! Das ist sehr gut! Sehr, sehr gut! Ach, sieht alles ganz gut aus! Ich hole noch mal einen Doktor! Oh! Dr. Required in General Diagnosis! Nurse required in Pharmacy! Pharmacy? Äh, die hier? Schön! Ach, hier hinten kann ich noch eine Toilette hinmachen, warum auch nicht? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht... Naja, das ist irgendwie dumm zum... Sechste Teil! Dr. Required in X-Ray! Dr. Required in Decontamination! Domination! Loll! Komm, ich hab' ne Warte hin! Ich hab' ein paar Blöds! So, blub! Ich bin auf den Betten und bin und das und dann... Bin ich fröhlich! Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich! So fröhlich! So fröhlich! So fröhlich! Hier kann ich nichts hin... Doktor, bitte nimm dich in Cardio, bitte! Da ist die ganze Kotze! Ach du scheiße, es wird doch niemals was! Ähm, Fractured Bones? Oh, endlich! Bones! It's Bones! Habe ich schon verboten? Ist das Teil jetzt? Nö, habe ich doch gar nicht. Wie soll ich es dann heilen können? Ach du scheiße! Oh, der hat gekotzt! Doktor braucht in Inflator-Room! Nurse braucht in Pharmacy! Pharmacy! Doktor braucht in GP's Office! Doktor braucht in Psychiatrie, bitte! Doktor braucht in Psychiatrie, bitte! Was? Wann ist der? Oh Gott, das wird doch niemals was! Ach du scheiße! Das ist ja noch 5 Stück! Gips! Ähm... Ich brauche noch einen Doktor! Ähm... Warum sind denn immer nur so Forscherdinger? Die sind für mich total umsonst! Was? Die sind für mich im Pups vorbei! Am Pupis! Das ist besser! Doktor required in X-Ray! Doktor required in Inflator-Room! Ach, Leute! Jetzt kommt der erster Typ! Ups! Das tut mir leid! Ne, du musst mal... Doktor required in X-Ray! Was mit dir? Doktor required in GP's Office! Oh, das ist ja alles, ey! Boah! Ach, du heilige! Setzt euch doch mal hin! Bitte rein in die Stühle? Wieso schon, aber die setzen sich wahrscheinlich nicht hin. Ja, da ist so wenig Platz! Wer ist das denn? Kann der denn überhaupt aufstehen? Das ist ja bekloppt! Ich glaube, ich mach die hier weg! Hm, ich mach das Lack-Ding mal weg! Ach! AAH! Ja, hier du... Weg! 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 Ja? Unglaublich! Ups! Weg! Zies! Musik! Aua! Ich hab mir grad wegetan, aua! Auch! Aua! Ja, ach du scheiße! Ach du scheiße! Brauchen wir die noch operating! Toll! Das geht ja gar nicht mal! Es geht, ja! Oh nee, das geht auch nicht dahin! Hupsssssssssssss So, machen wir das mal so... Geh weg! Ach, die ist gestorben! Ach die tut mir leid! So. Die will da hin? Gibt's hier welche? hier bist du 12 geschafft geschafft bist du aber du wirst ein konzern ich brauche ich gleich ich habe ein trainingsraum ein trainingsraum ach der fern ruhig eins größer blub 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 ja ja ich habe die klinik nicht nachgebaut das habe ich total vergessen so alle ventures trinken radiators soo soo hier wird eh niemand sitzen irgendwann niemals die hater passte irgendwo hin äh hier hin und hier hin so warte mal wu bist Ja, ja, ich suche gerade den... einen Typis. Wo ist denn der drin? Bist du der? Consultant, du bist noch ein Consultant, okay. Consultant, wie sagt schon? Sergeant... Ah, ähm... Da bist du. Zwei Physiker brauchen in Operating Theater. So. Test-Depid. Doktor brauchen in GP's Office. What are you doing? Ach, du bist überstrubaziert ab hier. Äh, du musst... ...mal... ...hier hin. Jetzt wird das nichts. Hm, die X-ray has been enhanced. Cool. Du hast die Bones. Ach, da ist Müll! Doktor, Doktor required in Psychiatrys. Ich stelle hier nochmal zwei... Ach, du! Ich stelle hier gleich nochmal zwei ein? Hm, oder auch nicht. Ich brauche dich mal. Doktor required in GP's Office. Ich brauche dich mal. Ja, Entschuldigung. Ich weiß, das wäre schlecht. GP Office? Bitte. Äh, ich bin nur in der Durchsage. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sage. Äh, äh, äh. Doktor required in GP's Office. Oh mein Gott, ich hoffe zu viel zu reden. Ja, ich weiß. Oh mein Gott, das ist viel zu verhaben. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Warum wüsste ich gerade? Oh! 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 Soll ich die Typen sind durf zum Einstellen? Was denn hier? Ach, du sch... Kann man das irgendwie machen, dass sie irgendwo anders hingehen sollen? Also da oben hin? Könntest du doch nicht wieder irgendwie mal so ganz schnell zum Searchen kommen? Ah! Ah! Mein Fuß ist am Einschlafen. Alter! Infection Lava. Ähm, you have to ride equipment? Okay. Ansteckend am Lachen. Ah! Kannst du von da oben weg, oder wie? Oh, dafür Doktor ist er begonnen als Consultant. Wie du jetzt hier? Äh, und jetzt ist das andere weg, oder witz? Ich wollte doch nicht, dass der ein Consultant wird! Ach, uncool! Ja, du bist ein Doktor. Ich will ein Junior. Äh, muss ich mir ein Junior holen, oder wat? Oh ja, dann mach ich's halt so. Dann kannst du auch wieder weg. Ach, das ist doch geklappt. Was? Oh, ich hab alle drei gehalten. Juhuuu! Mh, mh, mh. So, shit. Ich muss auch am Researchen. Sie sieht hier oben echt lustig aus. So, ob wir hier ganz viele Benches noch haben. Böp, 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 böp. Habe ich irgendwo lücken lassen? Nein, 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 nein. Nur da gut. Dann passt das ja. Weiß! Halt's am Lärmts. Ich hoffe, jemand hat hier das Gluck-gluck-gluck-gluck die ganze Zeit nicht. Das ist mein Lüfter. Ich bin zu sehr auf dem Laptop. Das sieht echt cool aus. Mal alles reparieren lassen, was irgendwie reparieren werden sollte. Oh ja, hier das. Okay. Dr. Guarding X-Ray T-Ray Dieses ist tru-wave-tru-pop. Tru-pop. Tru-pop. Wow. X-Ray politicians. Klick klick. Oh. 200 geheilt 26 nicht geheilt und nur geld schade also wir haben einen schlechten ruf der sollte nicht weniger als 250 sein und er ist gerade 403 ist eigentlich ganz gut ich weiß nicht meine bank ich brauche mehr geld und ich muss noch 150 leute verheilen und mein haus muss noch wertvoller werden dann das kann ja noch acht du scheiße du bist du konze auffrischen am besten oh die ist fast tot och die ist fast tot wo sind jeder eine surgeon nach hier ein bisschen gut ist dann nehme ich den hier ausruhen und dann nehme ich gleich dich und zwar dich einfach dass der den typen der ausbildet sieht man denn wieder hier wenn er beim bei dem da ist ich hoffe es ist meine maus weiß ich kann ja einfach nie und hier bitte denn immer wie ich schon sagt heute lernen wir diese ganzen stimmen das ist keine besondere fähigkeit das ist eine blotmaschine das ist eine blotmaschine blotmaschine ist sie groß das ist ein bisschen uncool aber ach du scheiße das klingt ja geil aus das ist eine blotmaschine das bin ich im gleich vielen mit Ich würde gerne machen. Ordner muss auch noch... In der Research Department ist er gerade nicht da, oder was? Hey, da ist er doch. Was willst du von mir? So, okay, hier geht er jetzt hin, oder? Gleich mal gucken... Ja, die gehen da ja alle hin. Jo, ich denke, ich bin Elvis und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ziehen sie sich einfach rum. Okay. Jo, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das sieht irgendwie aus wie Elvis und... Ziehen sie sich einfach rum. Ach, jetzt ist auch noch der neue Harry irgendwas. Boah, ne, eine Nurse kann ich... Nurse is leaving, auf jeden Fall. Ich würde dich gerne einladen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Fällig. Oh! Hi! Das habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Wo die das Spiel so gespielt hat. Aber hier ist es mal auf der Playstation-Fülle. Da war es eben was anderes. Wenn die malen war aber. Ist das so für einer? Nein, ist noch keiner. Ah, wer doch mal zu... Oh, der ist jetzt nicht... ach so. Ich muss mal hinten einen Flügel kaufen. Ach du Scheiße, was ist das denn für eine Form? Das ist ja behindert. Aber ich brauche hier das da. Den Herr irgendwas. Wie kann es das klappen? He! Das ist so... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Das ist niemals, wäre das irgendwie geplant gewesen. Was gibt's hier noch? Nichts Neues. Oh, ist der schon fast voll. Oh, da fehlen ja nur noch drei. Wenn es überhaupt jemals voll gewesen wäre. Oh, er hat hier alles gut. Es ist ja doch richtig beschissen hier. Aber es sind immer so viele Dinger. Ja, das wäre eigentlich so richtig und passend für die... A VIP hat das Gebäude gespielt. Für die... Jennifer Diagnosis-Dinner. Doktor required an Inflator-Room. Doktor required an Inflator-Room. Doktor, Doktor, Doktor. Hallo, ich bin der Doktor. Inflator hier, bitte. Das war jetzt nicht, was man sich eigentlich einstellen möchte, aber... Wörde. Wörde. Kann man hier dich auch mal ausruhen. Achso, ne, wenn ich jetzt wieder ausmache, dann wiederholt... Holt das dich nicht, oder? Ich weiß gerade nicht. Wo ist denn da jetzt hin? Da bist du, oder? Da bist du? Ja, da bist du. Was ist hier los? Oh yeah. Alle vier. Ge-owned. Naja. Geheilt. Ich sitz nur hier rummig aus. Bla bla bla. Ich gehe gar nicht nach Hause. Geheilt. Ich bin fixlich. WTF? Bist du schnell fertig? WTF? Was ist denn so schnell? Du willst Erhöhung? Ach du Arsch, ey. Wenn du nicht bald ein Schmuck hast, dann freue ich dich eh wieder. Man kann doch hier nachdenken. Wie lange das noch dauert. Ähm. Was ist denn die Frage, wer hier das ist? Ach hier! Ah, ist fast soweit. Achso, gut. Es dauert nicht mal lang. Es dauert nicht mal lang. Komm los. Schneller. Du bist ein Doktor. Juhu. Wer? Nehmen wir da nur einen Doktor? Du hier. Du da. Wo bist denn du? Was? Warte mal. Ich nehm dich mal und setz dich hier. Ich setz dich auch mal hier mit rein. Der dritte. Hm. Ja. Oh, das ist auch fast. Muss ich auch bei der Wahl. Oh, Alter. Ich will nicht so viel dabei mal. Bist du da? Ja. Crabberry. 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 Ja, das bist du. Hey, komm mal her. Das sieht genau aus. Guck. Ba 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 ba. Ja, das ist super. Weck mit dir. Hier rein. Los. Zieh dich um, du Sau. Zieh dich aus, du Sau. Lol. Trinking Machine. Ich hab noch nie einen Feuerlöcher gekauft. Ich hab noch nie einen Feuerlöcher gekauft. Also schon, aber nicht in dem Verleven, die ich jetzt gerade mal wieder spiele. Ich weiß gar nicht, weil ich aufgenommen hab. Okay, ich werd glaub' erstmal die Folge aufhören. Und, äh, wir sehen uns dann gleich wieder. Dann verspreche ich euch noch schnell. 12. Level 7. Weiter. Oh mein Gott, ich hab ger- Showpad. Ähm, genau. dann sieht man sich in der nächsten folge wie wahrscheinlich auch gleich aufnehmen werde also